...presenting Switzerland, auf dem dritten Platz aus der Schweiz, Isabel Forer und Anouk Berger in Bremen. In our second place, representing Spain, auf Platz 2 aus Spanien, Iliana Fernandes und Elsa Vakarizlo. In the first place, the winner of the Copic Tour in Zürich, Platz 1 and the winner of the Copic Tour in Zürich, aus der Schweiz, Tanja Glorikarek und Tanja Hügelin. Applaus 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 Und für das Siegerteam überreicht Herr Philipp Sachser, Direktor in Schmollewald bei Swiss Volley. Meine Damen und Herren, den Applaus für die besten drei Damen und Herren hier, aber da kommt nichts vor, 2015, Juli. Vielen Dank.